ein ganz herzliches willkommen zur wochenlegung mit ella schön dass du da bist und wir schauen uns an welche karten in dieser woche verwendet werden oder für diese woche ich bin ein fan von colette baron reed und habe deshalb zwei kartendecks von ihr heute dabei dazu gleich mehr ich habe nämlich ein neues kartendeck dabei was ich ausprobieren werde und schauen werde wie es bei euch ankommt also gerne in die kommentare wie es euch gefällt wir sind in der woche 30 dezember bis fünfter januar 2020 das heißt wir befinden uns im übergang in das neue jahr und haben sicherlich die ein oder anderen guten vorsätze wobei ich ein freund dessen bin die guten vorsätze immer dann in die tat umzusetzen wenn sie einem in den sinn kommen also nicht unbedingt zum jahreswechsel ich freue mich auf jeden fall dass ich euch dabei begleiten darf und stelle euch jetzt mal die karten für diese woche vor wie gesagt colette baron reed findet einen wahren weg die haben wir auch schon öfter benutzt dann für die tage also für die variablen tage in dieser woche das tarot familia von dieser parker dann haben wir das rider welt tarot um ein bisschen klärung da reinzubringen und dann haben wir hier als neues kartendeck die weisheitskarten für lebensentscheidung für colette baron reed das fand ich jetzt angebracht für den wechsel in das neue jahr ich finde die karten sehr schön ihr könnt mir ja mitteilen was ihr davon denkt und wie sie euch gefallen und dann schauen wir uns das ganze einfach mal an für die ganzen sternzeichen und dann bleibt mir nur euch einen guten rutsch ins neue jahr zu wünschen eine weiche landung im 2020 und für einige sicherlich so nach dem motto hoffentlich wird es besser aber wie gesagt man kann aus den dingen was machen was man hat und dann natürlich mit dem was man hat größeres erreichen und ich denke im mondjahr 2020 wo das gefühlsleben so ein bisschen im vordergrund steht sollte man gut auf seine intuition hören sein bauchgefühl und das ist die beste rüst rüstung die man haben kann wenn man sich auf seinen ja seine intuition verlassen kann schauen wir uns an wie es für euch jetzt für die woche wird bis gleich wir sind in der woche 30 dezember 2019 bis 5 januar 2020 ihr befinden uns gerade am übergang ins neue jahr und wir wollen natürlich wissen was für den krebs auch in dieser woche so los ist was du nutzen kannst was hoffentlich hilfreich für dich ist bei der allgemeinen legung du kennst das vielleicht und wir wollen natürlich als erstes schauen was von außen kommt ja sehr spannend jetzt diese phase welche guten vorsätze man hat wenn man welche hat und wir schauen was da kommt was haben wir von außen die zehn der erde stabilität und sicherheit von außen das kann bedeuten dass du davon profitiert dass du jemanden um dich hast der dafür sorgt und dass du dich dann sozusagen ja wohlfühlen darfst wir schauen mal wieder zu deiner energie passt wie du dich siehst was dein wunsch ist deine hofnot ängste was gutes für dich was weniger gut ist und natürlich wie das ganze ausgeht so ok schauen wir mal was wir da für dich haben über krebs so dann kommen wir zu den wochentagen wir haben ja immer die tage auch bei der allgemeinen legung musst du aber wissen dass das natürlich für jeden auch ein anderer tag sein kann bedeutet dass du dir das raus ziehst was dir hilft und das nutzt wann es dir hilft also das kann bei jedem unterschiedlich sein wir wollen natürlich auch wissen wie du deinen mitmenschen in dieser woche energetisch gegenüber trittst das betrifft deine lieben genauso wie alle anderen was haben wir denn da wir haben das ass der stäbe ein leidenschaftlicher neu beginn also du stehst sozusagen in den startlöchern mit den neuen leidenschaftlichen neubeginn ich bin gespannt feuerenergie sehr schön gucken wir montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag und der sonntag so wie gesagt das ist variabel wenn das für dich ein anderer tag ist auch gut wichtig ist dass es dir hilft dass es dich unterstützt dir eine idee gibt einen hinweis was du tun kannst was wichtig für dich ist wir schauen als erstes natürlich danach wie du dich selber siehst da haben wir die drei der luft das heißt du bist gekränkt irgendetwas oder irgendwer hat dich gekränkt oder du haderst mit irgendetwas das gefällt dir irgendwas nicht das ist enttäuscht du bist grundsätzlich einfach enttäuscht das ist nicht schön und das ist auch keine gute stimmung aber du hast als energie nach außen den leidenschaftlichen neubeginn das ist auch so ein bisschen wehrhaft zu sein zu sagen gut dann mache ich mein ding mit leidenschaft ich will das umsetzen und das ist eine gute einstellung weil das ist nicht sich ergeben aufgeben sondern zu sagen so ich nehme die zügel in die hand oder in dem fall den stampen was dein wunsch da haben wir das ass der erde sicherheit und stabilität ein neubeginn du möchtest es anders haben ja und genau deshalb bist du wahrscheinlich auch leidenschaftlich unterwegs von außen kommt sicherheit und stabilität das kann jemand sein der dich dabei unterstützt der dir vielleicht auch hilft diesen neubeginn herzustellen das ist auch erdenergie könnte ein erdzeichen sein könnte sich aber eben um finanzielles oder auch in beziehungen um rückendeckung irgendwas in der hinsicht handelt das könnte sehr gut sein wir schauen mal wo deine hoffnungen und ängste liegen könig der erde ja du verlässt dich vielleicht auch auf jemanden oder versuchst selber auch jemanden zu unterstützen der eben schon viel erreicht hat und der für dich vielleicht als vorbild fungiert als mentor oder für den du vielleicht auch einiges tust oder für den du der mentor bist oder die mentorin ja je nachdem wir gucken mal was gut für dich ist in dieser woche das ist der eremit auch wieder erdenergie und ich denke es geht darum zu eruieren was muss ich ändern damit die dinge so laufen dass ich zufriedener bin als ich das momentan bin gut eremit heißt ja auch sich ein bisschen zurückzuziehen aber nicht sich abzukapseln sondern für sich auszumachen was für dich ganz persönlich von äußerster wichtigkeit ist worauf du nicht verzichten kannst was für dich elementar ist um die dinge umzusetzen worauf du hinarbeiten möchtest und wie du diese arbeit am besten einsetzt um das zu erreichen eine schöne energie auch wenn das jetzt aus einem nicht so schönen grund ist natürlich was ist nicht gut zwei der erde das ist so ein bisschen hin und her unentschlossen sein vielleicht sich ausprobieren also du solltest schon die zeit nutzen jetzt zum beispiel die feiertage sind dass du sagst ich setze mich hin und überlege mir wirklich was ich anders haben will und dann bleibe ich nicht unentschlossen sondern ich gehe den ersten schritt mit dem stadt ist es so ich still stoße in den boden sagt ja jetzt schacker ja ich mache das und ich bin nicht so naja vielleicht und ne sondern du bist entschlossen dann das sollte schon dein weg sein der ausgang ist die veränderung die transformation dass du als tatsächlich dafür sorgt dass sich dinge ändern dass für dich dinge anders laufen ja und dass du daraus eben die kraft und die leidenschaft hast die dinge anzugehen und ich glaube dass du nicht alleine bist dass du unterstützer hast leute die den rücken frei halten die dich ja unter ihre fittiche nehmen vielleicht oder die dir ratschläge geben die dich nicht im stich lassen also das ist schon sehr viel wert und wir haben am montag den knabe der schwerter gespräche informationen sammeln informationen sachlichkeit also nicht über dramatisch du bist ja ein wasserzeichen was sehr viel gefühl hat sehr sensitiv ist manche halten mir das vor dass ich das immer wieder sage aber es ist halt so die wasserzeichen sind sehr sensitiv und das macht sie auch ja so empfindsam beziehungsweise auch so einfühlen und auch so ja sie können dinge sehen die andere noch nicht sehen weil sie eben nicht so ein einfühlungsvermögen haben was manchmal auch eine ganz schöne barriere sein kann weil wenn man zum beispiel vorher etwas weiß womit andere natürlich nicht gerne agieren ja man durchschaut die menschen einfach das ist so dieses gefühl was andere auch haben können und das ist dann für die anderen unangenehm ja also informationen sammeln auch überlegen wie schaffe ich das aus der welt für mich drei der stäbe bedeutet lernen warten bis die schiffe in den hafen gelaufen sind bis du dich entschieden hast wie es weitergehen soll aus der erde ist ein ziel das ist klar sicherheit stabilität in beziehungen im geschäftlichen finanziell und so weiter ich glaube dass in 2020 mond energie ist ja auch deine energie aber in 2020 fordert saturn tribut das heißt du musst dich ganz schön auf die hinterbeine stellen um die dinge umzusetzen und da ist lernen weiterbildung oder eben zu warten dass sich die dinge entwickeln und dann eben einzugreifen wenn es wirklich not am mann ist oder wenn es wirklich richtig ist das ist deine aufgabe mittwoch haben wir die acht der stäbe kommunizieren könig der erde das ist wahrscheinlich die person auf die du baust oder die dir hilft der du vielleicht darunter die arme gegriffen hast du darfst hilfe annehmen ja du musst sogar hilfe annehmen das hatten wir vorher mal in legung dass du eben auch annehmen lernen sollst nicht nur geben sondern auch nehmen das muss man auch lernen und könig der erde ist ja auch ein bisschen träge ein bisschen langsam der wird dich auch nicht bedrängen oder diese energie wird dich nicht bedrängen man lässt dich wurschteln wie du möchtest aber es geht halt darum etwas wirklich in die tat umzusetzen um die dinge zu verbessern am donnerstag haben wir die fünf der münzen das ist der rückzug wahrscheinlich mit den eremiten und vielleicht auch mit dieser erdenergie denn es ist gut für dich wirklich zu überlegen was mache ich wie mache ich es wen hole ich ins boot welche hilfe brauche ich welche unterstützung brauche ich und je nachdem was es ist auch welche finanzen brauche ich zum beispiel freitag haben wir die fünf der kirche das ist dieses ich trauere um das was nicht geht das hat auch mit den eremiten zu tun das hat aber auch was mit der unentschlossenheit zu tun das ist verletzte gefühle das ist trauern dass dinge nicht mehr so sind wie sie waren ja aber die fünf der kirche sagt ja auch die kirche die umgefallen sind kannst du nicht wiederbeleben aber die kirche die noch da sind die kannst du nutzen und zwar hier und jetzt ja so und dann haben wir am samstag den neuanfang das ist risikofreude das ist unbelastet und frei auch wenn man an diese dinge denkt aber es ist der neuanfang der möglich ist und dann haben wir die mäßigkeit das ist auch feuer energie das ist schützekarte die mäßigkeit nicht zu übertreiben mit dem boden in haftung zu bleiben natürlich hochfliegende pläne zu haben aber zu eruieren mit der erdenergie was geht was nicht ich bin leidenschaftlich dabei feuer energie aber ich halte meine leidenschaft im zaum weil ich möchte jede kleinigkeit bedenken und beachten das wird wie gesagt auch von saturn gefordert dass du nicht einfach drauf los geht sondern dass du wirklich überlegst und für dich essentielle entscheidungen triffst aber das trifft man ja auch nicht mal eben so zwischen türen angeln schauen wir was dich gekränkt hat was dich so vielleicht auch wütend macht oder da ist deine energie die königin der kelche und könig der münzen so sich darum kümmern königin der kelche kümmert sich könig der münzen kümmert sich um die finanzen oder ist jemand der finanzen hat das was bisher war hinter sich zu lassen die bekränkung zu verarbeiten königin der kelche kann manchmal ganz schön dramatisch sein übertreiben ich denke der könig der münzen hält das so ein bisschen im zaug ja also sehr viel gefühl sehr viel gekränkt sein sehr viel vielleicht auch dramatik aber die gilt es im zaum zu halten das erste erde ist der wunsch da haben wir die liebenden und da haben wir den mond wir haben wir den mond das ist so diese energie des ganzen jahres 2020 sensitivität gefühle sich auch mit seinen schattenseiten auseinandersetzen du hast sicherlich auch schattenseiten wie wir alle und die dazu bearbeiten auch im sinne von was kann ich besser machen was wäre besser auch wenn das ja für mich schwierig ist aber ich muss da was verändern auch in sachen liebe zuneigung gefühl ja wenn ich was erreichen will darf ich mich nicht nur nach den anderen richten sondern muss ich mich auch danach richten was für mich wirklich essenziell wichtig ist das heißt nicht dass du andere übergehst sondern dass du deine bedürfnisse deine eigenen vorstellungen umsetzt und die anderen mit ins boot holst was natürlich nicht immer ganz einfach ist hoffnung und ängste könig der erde 6 der münzen ausgewogenes geben und nehmen dass du eben nicht immer nur die person bis die gibt sondern eben auch empfängst das hatten wir eben ritter der schwerter und zwar ziemlich schnell dass du darauf achtest wenn jemand so vom stammeln ist und immer nur verlangt 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 und zurück gibt dass du da mal auf die finger haust der eremit ist eben dass du daran arbeitest die dinge für dich machbar zu denken also dass du überlegt wie setze ich das um wie kann ich das umsetzen und da kann es schon mal gedanklich ein bisschen im kreislauf enden also im hamsterrad dass man da irgendwie nicht zu einer lösung kommt und da ist es wichtig andere mit ins boot zu holen ja und zu überlegen andere um rat zu fragen leute die ähnliches erlebt haben ob das jetzt beruflich oder privat spielt keine rolle 2 der erde ist nicht gut das ist die zurückhaltung das ist jonglieren das ist die vergangenheit und du musst dich da mit dem page der münzen klein klein wieder raus ja wie soll ich sagen ausbuddeln da lass das die eine münze liegen kümmere dich um eine münze nämlich dass du wieder raus kommst aus dem schlamassel oder aus der enttäuschung und dass du die veränderung mit bearbeitet da ist kommunikation da ist informationen sammeln und den ballast abzuwerfen nämlich zu sagen warum soll ich den ganzen ballast alleine tragen ja sehe ich gar nicht ein habe ich die ganze zeit gemacht das ist dieses hin und her soll ich soll ich nicht soll ich soll ich nicht die vergangenheit es gab doch schöne momente ja du musst dir überlegen was für dich jetzt wichtig ist wir haben das ass der stäpe du bist leidenschaftlich dabei und diese phase solltest du natürlich nutzen dinge für dich umzusetzen aber den knabe der schwerter noch mal den wir hatten in ruhigere gewässer das heißt nicht überstürzt handeln sondern erst mal ausgucken was ist denn da was kann ich machen was muss wegfallen der turm ist platz schaffen für neues das alte hat sich nicht bewährt wie bei den fünf der kirchen zum beispiel auch dass man sagt ja das ist umgefallen das kann ich nicht mehr neu herstellen oder das kann ich nicht wieder herstellen ich kann nur mit dem arbeiten was mir zur verfügung steht und all das was mich behindert daran das kann ich langsam mit langsamen schritten schritt für schritt aus dem weg räumen drei der stäbe über den horizont schauen was sind meine zukunftsperspektiven was will ich erreichen mit geduld ritter der münzen und der herrscherin der ritter der münzen ist ein erfolgsgarant das solltest du nicht vergessen also alles was du langsam angeht was du gut durchdenkst und wo du dran bleibst du dich nicht von rückschlägen aufhalten lässt das wird fruchtbar sein mit saturn ja ich weiß dass in 2020 für die krebse das ein oder andere ja passiert also den sinne von kleinen bröckchen die einem zwischen die beine geworfen werden astrologisch gesehen lass dich davon nicht beirren das sind einfach nur tests um zu sehen hältst du das durch ziehst du das durch meinst du es wirklich ernst und so solltest du das auch sehen ja es wird deine ernsthaftigkeit angefragt dein durchsetzungswille auch ob du das jetzt nicht nur sagst und einmal sagst du beim nächsten mal wieder einbrichst weil du keinen streit möchtest oder weil du jemandem nicht wehtun möchtest die frage ist hältst du durch acht der stäbe kommunikation ja es wird auch nicht jedem gefallen was du dazu sagen hast dass du sagst ich mache das nicht mehr da ist vielleicht ein oder andere beleidigt aber das macht nichts zurückhaltung ja es kann dir passieren dass die leute dann zurückhaltend werden aber das ist ja auch gewollt sie sollen dich ja nicht auspressen wie eine zitrone und dann ja stehst du da und hast keine kraft mehr oder so ich glaube es ist auch nicht alles was dir so gesagt wird was dir so angeboten wird vielleicht auch von deinem gegenüber ist es wert dass du dir da gedanken drüber machst da musst du auch zurückhaltung ja fünf der münzen neun der schwerter und sieben der schwerter naja die volle ladung rückzug selbst vorwürfe sorgen um dinge die noch gar nicht passiert sind ich denke dass du dir selber auch immer gerne eine entschuldigung sucht warum du nicht so hart sein kannst oder warum du jemanden doch noch verzeihen kannst du musst ja das ist möglich aber im stillen kämmerlein darfst du auch gerne ehrlich zu dir selber sein und fragen ob das in der vergangenheit wirklich das gebracht hat was du dir vorstellst fünf der kirche neun der münzen und sieben der stäbe wunderbar aus dieser enttäuschung oder diesem rückblick und dem ich pack die dinge jetzt an folgt die unabhängigkeit und die rüstung du bist gewappnet du weißt was passiert wenn du wieder ein knicks sozusagen wenn du wieder auf die schmeicheleien hörst auf die versprechungen und weiß ich nicht was sei es dein boss oder sei es dein partner deine partnerin das spielt keine rolle du möchtest taten sehen du möchtest das nicht nur hören du möchtest taten sehen und das ist ein gutes recht neu anfangen neue möglichkeiten tun sich auf und die welt die ganz neue welt und ich weiß dass du da auch wie die ehrzeichen auch so ein bisschen probleme hast mit diesen veränderungen aber diese veränderung finden statt ob es dir gefällt oder nicht und es ergeben sich daraus für dich und auch für andere natürlich neue möglichkeiten da gilt es abzuwägen was du möchtest das musst du auch nicht überstürzen ja du hast einen karmischen zyklus abgelegt das heißt du rennst nicht wieder im kreis herum ja und muss das immer und immer wieder erleben weil du dem ganzen ein ende setzt du beginnst neu aber jetzt hast du auch die neuen möglichkeiten und da gilt es abzuwägen was du davon in die tat umsetzen möchtest dazu haben wir dann die mäßigkeit kontakte nutzen soziales umfeld leben und sich auf das fokussieren was für dich persönlich wichtig ist da ist das ass wieder das ass der stäbe also der page der stäbe hält diesen stab in der hand fokussiere dich auf das was dir freude macht auch das was deine leidenschaft weckt du hast unterstützer wir haben die zehn der münzen von außen das heißt du hast auch wahrscheinlich finanzielle unterstützer du hast wahrscheinlich leute die ja das mittragen was du ertragen musstest vielleicht und ich denke dass es darum geht einfach den dingen ja mal eine andere wendung zu geben nicht das alther gebrachte zu wiederholen den karmischen zyklus zu wiederholen sondern mir ein neuanfang zu wagen und dich dabei wohl zu fühlen das ist vielleicht das einzige problem was ich sehe dass du mal ein schlechtes gewissen hast wenn du dich durchsetzt oder wenn du irgendwelche dinge umsetzt die für dich wichtig sind dann kommst du dir furchtbar egozentrisch vor sei mal ein bisschen egozentrisch ja ein gesundes maß ist nicht verkehrt die orakel karte die ich habe heißt flexibel das ist etwas wie du auf die dinge reagieren solltest flexibel und eben ja anders als sonst sei mal anders als sonst ja ich lese vor die grundbedeutung dieser karte ist lernfähigkeit aufgeschlossenheit anpassungsfähig sein anpassungsfähig sein ohne dabei preiszugeben worauf es am meisten ankommt also nicht jedem direkt auf die nase zu binden was dir wichtig ist warum du dieses oder jenes tust ich lese mal vor die botschaft des orakels ist der stamm eines baumes ist fest in der erde verwurzelt und doch wiegen seine äste sich im orkan wohingegen ein starres objekt wie ein gebäude leicht in sich zusammenstürzt denke daran wie ein baum wiegsam und doch unbeugsam bleibt während um ihn herum alles aus den fugen gerät genauso musst auch du jetzt sein geschmeidig und generik und dabei fest in dir selbst verwurzelt gesunder menschenverstand ist wichtig nicht minder aber ein aufgeschlossener geist bleibe neugierig offen und bewusst diesmal werden sich andere menschen auch die gegenüber flexibel zeigen besser hätte es nicht ausdrücken können ganz toll also es geht um flexibilität sich den neuen dingen anzupassen entsprechend zu reagieren und auch ein bisschen flexibilität von anderen zu erwarten nicht nur von dir selbst ja und ich hoffe dass dir das natürlich auch antrieb und freude ist wenn ich das ast der stäbe sehe denke ich mal das wird dir gefallen wenn du es erstmal ausprobiert hast und bin gespannt ich hoffe du berichtest darüber ja ich wünsche dir ein tolles 2020 lass dich nicht unterkriegen lass dich nicht von irgendwelchen hindernissen aufhalten du kriegst das hin da bin ich mir sicher mit der unterstützung und der zuneigung anderer menschen die an deiner seite sind und mit einer neu gelernten ja offenheit flexibilität kriegst du das ding hin ich kann mir nur alles gute wünschen ich freue mich und dann sehen wir uns dann in der nächsten woche wenn du magst bis dahin